Francis Nenig – Reise durch ein tragikomisches Jahrhundert Das irrwitzige Leben des Hasso Grabner Loslaufen Der 21. Oktober 1911 ist nicht gerade ein weltgeschichtlicher Ausreißer. In Österreich heiratet der Erzherzog eine Prinzessin und der örtliche Kaiser gibt einen lustigen Trinksproch zum Besten. In Attica, USA, entleeren ein riesiger Mississippi-Farmer und der schmächtige Angestellte eines Wanderzirkus den Inhalt ihrer Revolver in den Körper eines Löwen, der eine zwölfjährige Dumtöse im Maul hält. Und in Leipzig wird ein Junge geboren, der auf den Namen Hasso hört und später angibt, von seinem Vater nicht das Geringste zu wissen. Eine Mutter freilich ist, wie sie es gehört, im Falle des kleinen Hasso vorhanden. Und auch der Vater wird später noch auftauchen, gleich ob er einem Berg Akten entsteigt. Alles, was dem jungen Hasso bleibt, sind eine Mutter, die sich ein kärgliches Gehalt als Verkäuferin verdient und ein Taufschein, der ihm klar macht, dass sein Vater nicht nur unbekannt, sondern mit der Mutter auch nicht verheiratet war. Weshalb sich der Pfarrer gezwungen sieht, dem auf dem Taufschein vorgedruckten Wörtchen ehelich, handschriftlich das Wörtchen außer voranzustellen. Kurzum, die Familie hat schon bessere Zeiten gesehen. Und auch wenn die Großmutter und die Tante die Mutter unterstützen, reichen die Mittel nicht aus. Und im Alter von zwölf Jahren wird Hasso Grabner von Leipzig nach Halle und schließlich weiter nach Gera geschickt, wo er in verschiedenen Pflegefamilien zwar kein Zuhause, aber wenigstens eine Unterkunft findet. Ein Schulabschluss gelingt dem Jungen allerdings nicht. Und als er 1926, gerade 15 geworben, nach Leipzig zurückkehrt, liegt die Mutter im Sterben. Politisch ist Hasso Grabner zu diesem Zeitpunkt allerdings fast schon ein alter Hase. Nicht nur gehört seine Familie, zumindest der Erinnerung nach, zum Uradel der sächsischen Sozialdemokratie, nein, Hasso Grabner hat auch bereits selbst etwas für die Revolution getan und mit zwölf Jahren Munition gestohlen und beim verhassten Jungstahlhelm spioniert. Weshalb es nicht verwundert, dass er 45 Jahre später in einem für die Bezirksleitung der SED verfassten Lebenslauf frei raus erklärt, er habe im Rahmen meiner kindlichen Möglichkeiten an den bewaffneten Kämpfen 1918 bis 1923 teilgenommen. Die Erinnerung, das weiß jedes Kind, ist der Grundstoff der Geschichte. Die Ideologie aber, das wird erst später klar werden, ist die Form, in der sie sich äußert. Jetzt aber, im Jahr 1926, gibt es noch keine sozialistische Einheitspartei und Hasso Grabners Leben braucht auch noch keinen schriftlich abgesicherten Verlauf. Die Geschichte muss sich also ein anderes Medium suchen. Dass sie es in einer Zeitschrift für Hellseherei findet, kann freilich niemand ahnen. Zugegeben, das Zentralblatt für Okkultismus ist nicht gerade das, was sich der gemeine Sozialdemokrat zwecks Nachtlektüre aufs Kopfkissen legt. Und auch die um Wissenschaftlichkeit bemühten Kommunisten lassen die Monatsschrift zur Erforschung der gesamten Geheimwissenschaften für gewöhnlich rechts liegen. Hasso Grabner dagegen beschäftigt sich Tag für Tag mit ihr. Er muß es tun. Schließlich hat es sich der Verlag von Max Altmann, wo Grabner Arbeit als Markthelfer gefunden hat, zur Aufgabe gemacht, die Menschen mit Tonnen von spiritualistischem Schriftgut zu beglücken. Und für wahr, die leselustigen Leipziger lächzen geradezu nach Übersinnlichem. Und seitdem die Polizei das Verbot des Wahrsageunfugs aufgehoben hat, laufen die Geschäfte umso besser. Und so kommt es, dass Hasso Grabner, der Jungkommunist mit der Nickelbrille und dem sorgsam gescheitelten Haar, die auf dem Markt umherstreunenden Bürger mit Beiträgen über telepathische Pflanzen versorgt, dem brasilianischen Wundermedium Mirabelli sogar unter Universitätsprofessoren Anhänger verschafft und so ganz nebenbei auch noch erfährt, wie es ist, den Menschen als Antenne zu betrachten. Woraufhin er von Hellsehern seitenweise Eindrücke über Deutschlands Zukunft erhält, indes seine eigene langsam vergeht, sich an ihm vorbeizuschleichen versucht. Im Grunde hat's Frau Futur schon zur Tür rausgeschafft, als am 23. Mai 1928 im Verlagshaus von Max Altmann in der Leipziger Frommanstraße Nummer 5 etwas Unvorhergesehenes passiert. An diesem Tag, es ist gegen halb sechs Uhr abends, betritt ein älterer Herr das Gebäude und verlangt, Max Altmann persönlich zu sprechen. Einen Grund für seinen Wunsch nennt er nicht. Doch lässt man ihn, da es dringend erscheint, schließlich gewähren. Und als der Herr kurz darauf vor dem Verleger steht, stellt er sich als Abgesandter des Börsenvereins der deutschen Buchhändler vor und fragt, noch ein wenig außer Atem, denn er ist die 800 Meter von der Platostraße bis zur Altmannschen Villa gerannt, ob der Herr Verleger jemanden für die Ausbildung bei der deutschen Buchhändlerlehranstalt vorschlagen könne. Der Termin sei allerdings bald, im Grunde genommen schon heute, deshalb auch die Eile und der nicht ganz standesgemäße Schweiß auf der Stirn. Max Altmann überlegt, geht im Kopf seine sämtlichen Markthilfer durch. Dann verneint er. Im Zimmer nebenan hat Hasso Grabner alles mit angehört. Für lange Überlegungen, das weiß er, ist jetzt keine Zeit. Also öffnet er die vor ihm liegende Tür, tritt ins Zimmer des Verlegers und schlägt sich selbst als Auszubildenden vor. Dass der 16-jährige Kerl, der da vor ihm steht, noch nicht mal einen Schulabschluss hat, fällt dem Herrn vom Börsenverein gar nicht erst auf. Und auch Max Altmann stimmt, wohl oder übel, zu. Er hat vor nunmehr 20 Jahren eine Abhandlung über Hellhörigkeit verlegt und so wie es aussieht, hat sie Hasso Grabner im Nebenzimmer gerade wiedergefunden. Zwei Jahre später, im April 1930, schließt Hasso Grabner die Lehre als Jahrgangsbester ab. Sein Preis? Er darf nach Brasilien reisen und dem dortigen Blumenau ein Jahr lang bei einem Buchhändler Erfahrungen sammeln. Doch Hasso Grabner lehnt ab. Er, der überzeugte Linke, hat Angst, in Deutschland die Revolution zu verpassen. Außerdem hat in Brasilien das Wundermedium Mirabelli bereits alles gesagt, hat es vorhergesagt und via Zentralblatt durch den Leipziger Philosophie-Professor Hans Driesch überliefern und bestätigen lassen. Ich möchte noch ein sehr eindrucksvolles Phänomen erwähnen. Eine Tür hat sich geschlossen in einer Entfernung von circa fünf Metern vom Medium. Das Licht war stets gut, verschiedentlich, sogar hell. 4.8.28 Gezeichnet Prof. Dr. Hans Driesch Keiner weiß mehr. Es ist der 14. September 1930. Die Welt hat eine Wirtschaftskrise, die Weimarer Republik eine Reichstagswahl und Hasso Grabner noch immer keine Revolution erlebt. Stattdessen gibt es Arbeitslosigkeit, Stimmengewinne für die Nationalsozialisten und keine Aussicht auf Besserung. Es sind, wenn man so will, beschissene Zeiten. Und selbst das Wundermedium Mirabelli weiß nicht mehr weiter. Ein Stuhl bewegte sich so, daß die Vorderbeine gehoben wurden, schlug gegen den Fußboden und drehte sich als dann um sich selbst. Hasso Grabner indes will sich nicht um sich selbst drehen. Hasso Grabner will etwas tun. Er, der in den vergangenen Jahren in so ziemlich jede linke Organisation eingetreten ist, der er beziehungsweise die seiner habhaft werden konnte, hat, nachdem er bereits 1929 bei den Jungkommunisten Mitglied geworden ist, im August 1930 das Parteibuch der großen KPD angenommen. Weil es ihm aber nicht reicht, nur auf dem Papier Kommunist zu sein, lässt er sich nach Berlin auf die KPD-eigene Reichsparteischule schicken, wo man ihm die theoretische Basis der neuen politischen Heimat vermittelt. Insgesamt fünf Monate lang hört er sich in der hochherrschaftlichen Villa in der kurzen Straße Nummer 11 lange Vorträge über dialektischen Materialismus, politische Ökonomie und kommunistische Taktik an. Als er im November 1930 schließlich wieder in Leipzig ist, regnet es. Und im Norden der Stadt kehren die Dominikaler zurück. Vielleicht ist es ein Traum, vielleicht aber auch nur eine Erinnerung, die an irgendeiner Stelle auf ihrem Weg durch den Kopf einen Kurzschluss erlitten, das heißt, ihren Widerstand gegenüber den Fiktionen aufgegeben und ihren Realitätswert nahe Null gesenkt hat. Hasso Grabner jedenfalls kommt es eines Nachts so vor, als lägen in Leipzig in der Wiege der Sozialdemokratie 1000 Jungkommunisten. Und er muss es wissen, schließlich ist er seit 1930 Unterbezirksleiter des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands und als solcher in Leipzig mit der Organisationsarbeit des Parteinachwuchses betraut. Und doch reicht auch das ihm nicht aus. Denn Hasso Grabner, der gelernte Buchhändler, der ebenso rast wie offiziell arbeitslos ist, will die kommunistischen Ideen nicht nur verwalten, sondern aus der Parteizentrale hinaus in die Stadt tragen, in die Betriebe, die Wohnungen, die spirituell verdorbenen Köpfe. Noch im selben Jahr gründet er deshalb auf dem Gelände einer der größten Baumwollspinnereien Europas eine Betriebszelle für Jungkommunisten, die bald schon zur wichtigsten Zelle der ganzen Stadt wird und, zumindest in den Augen ihrer gut drei Dutzend Mitglieder, garn genug hat, um von der Weltrevolution zu träumen und sich eine eigene Version bisheriger und künftiger Geschichte zusammenzuspinnen. Die Realität sieht freilich anders aus und statt Massenerhebungen und Barrikaden gibt es Mahlnachmittage und Bastelarbeiten. Die Revolution will schließlich vorbereitet sein und so verbringen die Leipziger Jungkommunisten ihre Wochenenden mit dem Bemalen von Transparenten und dem Bekleben von Wänden mit bedrucktem Papier, organisieren Versammlungen, geben Zeitungen heraus und werben vor den Vergnügungsstätten der Stadt um Unterstützung für die kommunistische Sache. Sonderlich attraktiv ist das nicht und gewinnbringend auch nicht gerade. Und als dann doch einmal Zehntausende kommen, zu Ostern 1930 etwa, als der Kommunistische Jugendverband Deutschlands sein Reichsjugendtreffen in Leipzig abhält, der KJVD-Leiter Grabner im Hintergrund die Fäden zieht und der KPD-Vorsitzende Thälmann im Vordergrund spricht, dafür dirbt die Polizei den Kommunisten die revolutionäre Sache. Als es auf der Abschlusskundgebung zu einer Rangelei unter den 80.000 Demonstranten kommt, schießen zwei Polizisten in die Menge, töten einen Kundgebungsteilnehmer und werden anschließend selbst gelünscht. Was wie ein Extremfall aussieht, ist zu diesem Zeitpunkt in Leipzig wie in ganz Sachsen allerdings längst politische Normalität. Und während die einen mit Druckerschwärze, Farbe und Papier an ihrer Version der Weltrevolution basteln, besorgen andere Schusswaffen und Messer und organisieren sich zu Kampfstaffeln, Wehrverbänden und Schutzbünden, deren Mitglieder allesamt Stöcke tragen, die nicht zum Wandern gedacht sind. Neben den Stöcken gibt es noch Hemden, Sturmriemen, Ledergamaschen, Schirmmützen und Stiefel. Denn das ist der Deal. Jede Garde hat ihre eigene Garderobe und die Dialektik der passenden Ehrerbietung ergibt's wie immer gratis dazu. Erst ziehen die Uniformen die jungen Männer an und dann die jungen Männer die Uniformen. Und dann? Dann fehlen nur noch die passenden Namen. Und so kämpfen am Ende der Weimarer Republik auf kommunistischer Seite neben KJVD-Leuten irgendwann auch Sturmfalken und antifaschistische Junge Garde. Gibt es paramilitärische Rote Wehrstaffeln, Rote Jungstürmer und Rote Frontkämpferbündler. Nicht zu vergessen die Rote Jungfront, die wie eine Mischung aus roten Jungstürmern und roten Frontkämpferbündlern klingt, tatsächlich aber einen ganz eigenen Rotton besitzt. Ebenso wie die proletarischen Hundertschaften und die zahlreichen lokalen Truppen, die sich nach ihrem jeweiligen Anführer benennen. Bei der SPD dagegen ist man namenstechnisch traditioneller gesinnt. Gibt es neben der sozialistischen Arbeiterjugend das straff organisierte Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das seinerseits wiederum von Kampfstaffeln flankiert wird, die nicht nur über Telefone, sondern über komplette Fernmeldeeinheiten verfügen, die ein eigenes Blinksystem etablieren, das seine Zeichen quer durch ganz Leipzig und bei Bedarf bis zu 40 Kilometer über die Stadt hinaus sendet und es seinen motorisierten Mitgliedern erlaubt, sofort einzugreifen, wenn nationalsozialistische Truppen wie Stahlhelm, Frontbahn oder Jungdeutscher Orden zusammen mit SA und SS anzugreifen versuchen. Im Grunde genommen kämpft am Ende der Weimarer Republik jeder gegen jeden und einzig die Gewalt scheint in der Lage, Fakten zu schaffen. Und in Leipzig? Da gibt es schon bald den nächsten Toten, wird am 15. August 1931 der Ortsvorsitzende der sozialistischen Arbeiterjugend während des Flugblattverteilens von einem Jungkommunisten erstochen. Die Chance auf eine Einheitsfront zwischen SPD und KPD ist damit endgültig dahin. In der Wiege der Sozialdemokratie liegt ein totes, 19-jähriges Kind. Hassel Grabner hält sich derweil aus den schlimmsten Schlachten heraus. Der bevorzugte Ort seiner Auseinandersetzungen ist die Stadtbibliothek, nicht die Straße. Grabner liest Nietzsche, Marterling, Luxemburg. Thälmann liest er nicht. Als die sächsische KPD schließlich 1932 ihren Sitz von Dresden nach Leipzig verlegt, wird Hassel Grabner in den engsten Führungszirkel berufen und im Bereich der Jugendarbeit mit dem Ressort Gegner betraut. Er, der einstige Sozialdemokrat, ist fortan dafür verantwortlich, die innerhalb der SPD links stehenden Gruppen zum Abfall zu bewegen, um sie rechts an die KPD anzuschließen. Argumente für den Übertritt liefert eine Zeitschrift, die sich Sozialismus ist das Ziel nennt und sektiererisch genug ist, um zwischen den beiden Ufern eine Brücke zu schlagen. Die Texte dazu schreibt Grabner selbst, derweil seine Freundin die Vervielfältigung übernimmt. In der KPD selbst glaubt man derweil, dass die bürgerliche Welt schon lange nicht mehr wächst, sondern verfällt und anfängt zu stinken. Die Weimarer Republik jedenfalls steckt nach Ansicht der Kommunisten anno 1932 in einer tiefen innenpolitischen Krise. Der Zusammenbruch des kapitalistisch-imperialistischen Systems steht unmittelbar bevor und die geschichtliche Entwicklung kann nun gar nicht mehr anders, als geradewegs auf die Diktatur des Proletariats zuzulaufen. Allein die Geschichte ignoriert das ihr von den Kommunisten verordnete Gesetz, biegt, getrieben von Millionen, am 30. Januar 1933 rechts ab und errichtet ihre eigene Diktatur. In Leipzig wissen Hassel Grabner und die Seinen sofort, was ihnen die Stunde geschlagen hat. Und nachdem am Abend des 30. Januar noch Tausende in der Stadt gegen die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler protestiert haben, geben die Kommunisten bereits am nächsten Morgen ihr Hauptquartier auf und tauchen zu konspirativen Fünfergruppen vereint unter. In ihren Händen halten sie Flugblätter, Schreibmaschinen und Kopierapparate. Von einem Untergang freilich will zunächst keiner reden. Man gönnt sich vielmehr eine Atempause, die, da ist man sich sicher, nicht lange andauern wird. Die Geschichte hat einfach nur mal kurz die Orientierung verloren. Das gibt sie schon wieder. Und dies umso mehr, weil für die Kommunisten die Richtung klar ist und im Untergrund auch klar bleibt. Die hierarchische Struktur der KPD jedenfalls bestimmt auch in der Illegalität die politische Arbeit. Und die Parteileitung fordert die untergetauchten Kommunisten auf, Verbindung nach oben zu halten. Oben aber werden sie einer nach dem anderen abgegriffen und verhaftet. Und schon im März 1933 konstatiert Hassel Grabner ein fast völliges Zerbrechen des illegalen Apparates. Grabner selbst arbeitet zu diesem Zeitpunkt auf einer Baustelle im Süden der Stadt, wo er mit hunderten Pflichtarbeitern ein Staubecken errichtet. Aber das ist nur die offizielle Version. Inoffiziell ist er politischer Leiter einer illegalen Parteizelle, die bereits im Februar auf der Baustelle ihre Arbeit aufgenommen hat. Es dauert dann auch nicht lange, und wie drei Jahre zuvor in der Baumwollspinnerei wird die von Grabner geführte Gruppe bald zur wichtigsten der ganzen Stadt. Staubecken, das weiß Hassel Grabner, sind perfekte Orte, um unterzutauchen. Und doch gibt es einen Unterschied, für die Kommunisten im Allgemeinen wie für Hassel Grabner im Besonderen. Denn inzwischen gelten die Gesetze der Illegalität. Wie die theoretisch aussehen, weiß Grabner. Dass es praktisch immer ganz anders kommt, kriegt er im März 1933 zu spüren. Denn binnen weniger Tage bekommt er dutzende Pakete geliefert, von denen keines einen Absender oder sonst eine Möglichkeit zur Rückgabe aufweist. Und als er am Abend des 6. März 1933 das letzte Paket öffnet, weiß er, dass sich alle bisher im Verborgenen liegenden Materialien der Leipziger Jungkommunisten nunmehr in seiner Wohnung befinden. Die Wucht des faschistischen Terrors hat alles hier angespült und der nationalsozialistische Triumph bei den Reichstagswahlen am 5. März nimmt die Sachen auch nicht wieder zurück. Im Gegenteil. In seiner Folge fallen die letzten Schranken, werden Wohnungen aufgebrochen, ihre Bewohner und deren Besitztümer durchsucht und mehr als 1.000 Menschen in Leipzig verhaftet. Hasso Grabner. Auf seiner revolutionären Papierinsel entdecken die Nazischärgen allerdings nicht. Vielleicht wollen sie ihn aber auch gar nicht entdecken. Vielleicht wollen sie, dass er für die schiffbrüchigen Kommunisten noch ein bisschen den Lockvogel spielt. Hasso Grabner jedenfalls spürt, dass es vom Untertauchen bis zum Ersaufen nur ein kleiner Schritt ist. Aber es gibt noch einen dritten Ort und damit eine dritte Aufgabe für den rastlosen Grabner. Denn nicht nur ist er auf der Baustelle als Pflichtarbeiter beschäftigt und als politischer Leiter im Einsatz, er ist auch einer der wichtigsten kommunistischen Materialkuriere der Stadt. Sein Hauptquartier ist ein kleiner Zigarettenladen im Leipziger Osten, wo er die illegal hergestellten Flugblätter, Zeitungen und Braunbücher abholt und anschließend verteilt. 300 Meter von dem Zigarettenladen entfernt, in der Frommannstraße Nummer 5, veröffentlicht Max Altmann derweil die letzte Nummer seines Zentralblatts für Geheimwissenschaften. Es ist die Besprechung eines Buches. Sein Titel Streiflichter ins Dunkle Und so geht's dahin, das Jahr 33, und eines ist klar, das ist ein Scheißjahr, der stinkige Höhepunkt, besser gesagt Tiefpunkt, schon wahrlich genug beschissener Jahre. Der ganze Apparat ist zerbrochen und auch die Liebe ist hin. Hasso Grabner jedenfalls beschließt, sich von seiner Freundin zu trennen. Über die Gründe weiß, wenn überhaupt, nur er selbst Bescheid. Und trotzdem ist und bleibt es ein seltsamer Gedanke. Trennung. Während sie um ihn herum einen Kommunisten nach dem anderen aus den Verstecken rausziehen und das Abreißen der Verbindungen nicht mehr aufhören will. Aber was kann er tun? Hasso Grabner entschließt sich, zu seiner Freundin zu gehen, um sich selbst zu entfernen. Doch als er ankommt, ist sie weg. Die Gestapo hat die Verbindung, die er kappen wollte, bereits auf ihre Weise gekappt. Als Hasso Grabner endlich Nachricht von seiner Freundin erhält, erfährt er, dass man sie ins Gefängnis gebracht und dort untersucht hat. Das Ergebnis lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Schwanger. Als die Freundin Monate später für die Geburt kurzzeitig aus dem Gefängnis freikommt, entschließt sich Hasso Grabner, aus der Trennung eine Trauung zu machen. Er will nicht, dass sein Sohn als uneheliches Kind aufwächst. Sie heiraten am 30. April 34. Dann geht seine Frau zurück in den Knast. Hasso Grabner ist verheiratet, getrennt und gebunden. Was folgt, ist der Sommer. Lang und heiß und alles verklebend. Ein Sommer wie ein Klischee. Ein Sommer, der sich auf Papier drucken lässt. In den Daten und Fakten zur Leipziger Stadtgeschichte ist auf Seite 53 in der Spalte »Jahresmittel in Celsius« das Kästchen hinter dem Jahr 1934 grau unterlegt. Dazu eine Zahl 11,1 Grad Höchstwert bis heute. Weil der Sommer so lang und so heiß war, 65 Tage am Stück soll die Sonne in die Stadt hineingebrannt haben. An einem von ihnen wird Hasso Grabner verhaftet. Um genau zu sein, es ist der 31. Juli und Hasso Grabner ist nicht der Einzige, den die nationalsozialistischen Hescher an diesem Tag aus den Tiefen irgendeiner Hinterhofwohnung ziehen und in das gleißende Licht eines Gestapo-Kellers stellen. Neben ihm, an der Wand, stehen 30 weitere Kommunisten, die Augen aufgerissen und weiß wie das Licht, schaudernd und farblos und frierend. Die Anklage ist einfach. Die Taten glasklar. Ganze Straßenzüge haben die Jungkommunisten mit Flugblättern austapeziert, riesige Losungen gegen den Faschismus mit roter Farbe auf die Dächer gemalt und sämtliche Briefkästen der Stadt bis zum Rand mit illegalen Zeitungen gefüllt. So stellt man sich das vor. Aber so ist es nicht. So ist es ganz und gar nicht. Es ist alles viel kleiner, viel banaler. Und das ist das Drama dieser Geschichte, die im Mai 35 vor dem Oberlandesgericht Dresden als Sammelprozess wegen Vorbereitung zum Hochverrat initiiert wird, sich tatsächlich aber nur abspielt, sich entrollt wie ein Abspann, der längst schon geschrieben worden ist. In dem Protokoll, das während der Verhandlung entsteht, gibt es keine Dächer, keine rote Farbe. Und selbst die Briefkästen der Stadt bleiben leer. Und das müssen sie auch. Denn es sind, so steht es geschrieben, meist nicht mehr als ein Dutzend Flugblätter oder Zeitungen, die da pro Aktion von Hand zu Hand gehen. Wobei nicht wenige, direkt nach, manche sogar schon vor dem Lesen, von den Jungkommunisten verbrannt werden. Indes andere, revolutionäre Druckschriften, ihr Zuhause in Hausfluren oder Fenstersimsen finden, wo sie freilich nur kurzzeitig liegen. Und selbst die, die an Wände geklebt oder über eine Mauer auf ein Betriebsgelände geworfen werden, bringen nur selten eine Antwort. Und nie, niemals, auch nur einen einzigen Mann. Und Hassel Grabner? Der war, laut seiner vor Gericht protokollierten Aussage, im technischen Apparat eingesetzt. Doch auch das klingt unendlich viel größer, als es eigentlich ist. Von den Zeitschriften, die er zusammen mit anderen hergestellt hat, sind oft kaum mehr als hundert Stück unter die Leute gelangt. Und mitunter auch gar keine. Denn bisweilen hat Hassel Grabner diejenigen, die für die Verteilung der Schriften bestimmt waren, gar nicht mehr angetroffen. Dann hatte sich der brisanten Fracht selbst angenommen, hat sie in einem Schweinestall am Rande der Stadt deponiert und am nächsten Tag erneut versucht, jemanden für ihre Verteilung zu finden. Und so entschlüsselt sich die Geschichte von selbst und zeigt in ihren Banalitäten die Abgründe auf. Zwischen dem in den revolutionären Publikationen niedergeschriebenen Anspruch und dem Möglichkeitsraum der Wirklichkeit klafft bei den illegal operierenden Kommunisten ein Loch, das so groß ist wie die Geschichte ihrer Partei. Und doch werden Hasso Grabner und seine 30 Mitangeklagten im Mai 35 verurteilt, werden aus ihren kleinen, im Nachgang geradezu verzweifelt anmutenden Taten gigantische Umsturzvorhaben gemacht. Denn das ist die andere Seite der Geschichte. Zwischen der Wirklichkeit des Möglichkeitsraums der Leipziger Jungkommunisten und ihren im Anklageprotokoll niedergeschriebenen Taten klafft ein Loch, das so groß ist wie die Macht der Nationalsozialistischen Partei. Und in genau dieses Loch werden Hasso Grabner und seine 30 Mitangeklagten gesteckt. In der Logik der Nationalsozialisten liest sich die Geschichte dann so. So weit die Angeklagten je in mehreren Einzelakten tätig geworden sind, handelt es sich durchweg nur um unselbstständige Teile eines von ihnen als Einheit gedachten und äußerlich auch so erscheinenden Unternehmens. Diese Einzelakte fließen daher bei jedem der Angeklagten jeweils zu einer einzigen fortgesetzten Tat der Vorbereitung des Hochverrats zusammen. Der Schuldspruch ist damit nur Formsache. Allein die Höhe der Strafe überrascht. Volle vier Jahre brummen sie Hasso Grabner auf. Er hätte es billiger haben können, aber weil er vor Gericht genauso selbstbewusst aufgetreten ist wie damals, als er bei Max Altmann zur Tür reingeplatzt ist, gibt ihm der Richter die volle Packung. Und diesmal schließt sich die Tür. Zu Hause Obwohl amerikanische Soldaten den Wehrmachtsangehörigen Hasso Grabner am 18. April 1945 in einem Leipziger Diakonissenhaus offiziell gefangen nehmen, gelingt diesem schon wenig später die Flucht. Woraufhin der Abteilungsarzt nur noch feststellen kann, Patient hat sich heute unerlaubterweise aus dem Lazarett entfernt und ist nicht mehr zurückgekehrt. Zuvor hat sich Hasso Grabner allerdings noch eine Art Entlassungsschein geschrieben. Doch ist es diesmal kein herumliegendes Stück Papier, sondern ein amerikanischer Fragebogen, auf dem er die passenden Antworten einträgt. Strafbataillon von der Truppe entfernt, desertiert. Dass er Kommunist ist, erwähnt Grabner nicht. Das werden die Amerikaner, so denkt er sich, ohnehin bald bemerken. Und in der Tat, als der oberste Befehlshaber der amerikanischen Militärregierung in Leipzig, Major Richard Eaton, am 28. April 1945 das antifaschistische Nationalkomitee Freies Deutschland, NKFD, verbietet, ist Hasso Grabner natürlich in genau diesem aktiv. Aber das ist für Grabner kein Problem. Im Gegenteil. Schließlich hat sich der bildungsfimmelige Marxist in ihm lange genug mit Dialektik befasst, um zu wissen, dass Verbotsschilder per se höchst seltsame Gebilde sind, da sie die Befriedigung eines Wunsches unter Strafe stellen, den sie unter Umständen selbst erst geweckt haben. Hasso Grabner jedenfalls nimmt das Verbot zum Anlaß, um im Mai eine NKFD-Jugendgruppe zu gründen und im Juni eine entsprechend illegale Konferenz mit 300 Teilnehmern abzuhalten. Aber auch andernorts verbinden sich in Leipzig kommunistischer Aufbauwille und jahrelang im Geheimen gewachsener Widerstand, weshalb die amerikanische Spionageabwehr am 15. Mai nach Hause funkt, man sehe sich in der Stadt zum ersten Mal im deutschen Feldzug einer deutschen Untergrundbewegung von Größe und Gewicht gegenüber. Hasso Grabner freilich ficht das nicht an. Im Gegenteil, es ist, als müsse er die liegen gebliebene politische Arbeit der vergangenen elf Jahre binnen weniger Wochen nachholen, als sei jetzt, wo die Amerikaner in der Stadt sind und die Russen davorstehen, der Moment für die Revolution endlich gekommen. Also jagt er mit dem Rad von früh bis spät durch die Stadt, schmiedet, während seine dürren Beine wie die Nadeln zweier Nähmaschinen unter ihm auf- und niederschießen, im Kopf allerlei Pläne und hört auch dann nicht damit auf, wenn er mal für einen Moment stillsteht. Aber das ist nur selten der Fall und überhaupt macht Hasso Grabner am liebsten alles gleichzeitig. Dampft durch sämtliche Gassen, hält Reden, organisiert Versammlungen, besorgt sich eine Schreibmaschine, hämmert Agit-Prob-Texte aufs Papier, verfasst nebenbei noch Gedichte, schreibt ein Jugendlied und wird, weil das alles noch nicht genug ist, im August 1945 Leiter der Kulturabteilung des Antifaschistischen Jugendausschusses der Stadt. Drei Wochen später übernimmt er den Vorsitz der gesamten Organisation. Es ist die einzige, die die neue, das heißt nunmehr sowjetische Militäradministration den Jugendlichen erlaubt. In dem Gremium sitzen, genau wie in dem Ende Mai gegründeten und von Grabner gleichsam mit angeführten antifaschistischen Block, neben Kommunisten auch Sozialdemokraten, Liberale, Parteilose und Christen. Das ist politisch sinnvoll, demokratisch gerecht und mit Blick auf die Leipziger Bevölkerung auch repräsentativ. Gefällt aber der soeben aus dem Moskauer Exil nach Berlin zurückgekehrten Initiativgruppe der KPD um Walter Ulbricht ganz und gar nicht. Schließlich will sie bis zur endgültigen Zementierung ihrer eigenen Macht von sich selbstverwaltenden Initiativen und überparteilichen Blocks nichts wissen und hat auch sonst kein Interesse an irgendeiner Rummurkserei mit der Antifa. Die Leipziger Kommunisten jedenfalls werden noch im Sommer 1945 auf Linie, das heißt der antifaschistische Block, in die den Berliner Genossen genehme Kaderkopf Form gebracht und alle übrig gebliebenen Komitees, wie Ulbricht es nennt, liquidiert. Wer sich dagegen auflehnt und beim allseits belebten Zeichnen von Zukunftsbildern die Zentralperspektive missachtet, wird zwangsversetzt und darf im nächstbesten Gefängnis Wimmelbilder ins Mauerwerk kratzen. Hassel Grabner indes hält durch, führt die Jugendarbeit weiter, wird Mitglied der Kreisleitung der Leipziger KPD, tritt im April 1946 in die frisch zusammenzementierte SED ein, nimmt auch dort sogleich einen Posten in der Kreisleitung an und wird, weil man in der Einheitspartei auch die Jugend möglichst einheitlich bearbeitet wissen will und Mehrfachbelastungen für das Arbeitstier Grabner sowieso an der Tagesordnung sind, noch im selben Monat erster Vorsitzender der neu gegründeten Leipziger FDJ. Oder auch nicht. Die einschlägigen Quellen jedenfalls sind sich in dieser Frage nicht einig. Hasso Grabner wird erster Vorsitzender der FDJ, heißt es in einer. Derweil eine andere steif und fest behauptet, Alfred Notnagel übernimmt den Vorsitz der Leipziger FDJ. Ob der Notnagel nur ein Notnagel ist oder tatsächlich den Alfred für die freie deutsche Jugend mimt, ist letztlich nicht zu entscheiden. Im Grunde aber auch nicht weiter wichtig, denn fest steht, dass Hasso Grabner nur wenige Tage nach der Gründung der FDJ die Jugendarbeit aufgibt, vielleicht aber auch aufgeben muss, denn die Partei versetzte mich nach Dresden. Und jeder weiß, dass für einen Leipziger eine Versetzung nach Dresden immer eine Strafversetzung ist. Als Grabner Ende März in Dresden ankommt, ist er zwar nicht arbeits, dafür aber vollkommen ahnungslos, denn die Partei hat ihn, den gelernten Buchhändler, zum Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks ernannt. Da steht er also, Hasso Grabner, in einer Riesenruine namens Dresden, und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, und auch kein Instrument. Was also tun? Hasso Grabner weiß es schlicht und ergreifend nicht, aber einfach so rumsitzen und warten, dass etwas passiert, ist auch nicht sein Ding. Also zieht er los. Und wandert wie ein Hausierer durch die Straßen der Riesenruine und bettelt nach allem, nur nicht nach Brot. Entschuldigen Sie, ich komme vom staatlichen Rundfunk, haben Sie vielleicht eine Geige? Natürlich hat keiner eine Geige, und wenn, dann ist sie nicht heil. Aber Hasso Grabner, der Rundfunk Intendant, wäre nicht Hasso Grabner, der Buchhändler, wenn er in den Resten von Dresden nicht noch etwas anderes fände. Französische Literatur zum Beispiel. Als er mit einem der aufgestöberten Bücher, Alphonse Daudet's Tartarin von Tarascan, eine Sendung machen will, interveniert der zuständige sowjetische Besatzungsoffizier mit der Begründung, dass er von französischer Literatur nichts verstehe. Weil Grabner aber von Mutter Natur und Vater Geschichte eine mitunter an Arroganz grenzende Selbstsicherheit mitbekommen hat, macht er die Sendung trotzdem. Weil sie dem Offizier gefällt, darf er auch weitermachen. Weil die Dresdner andere Probleme als französische Literatur haben, darf er es damit aber nicht übertreiben. Aber Hasso Grabner, der Rundfunkintendant, wäre nicht Hasso Grabner der Pragmatiker, wenn er nicht aus zwei Nöten eine Tugend machen würde. Will sagen, die ausgebombten Dresdner mit den kaputten Radios werden in den Sender eingeladen, die Empfangsprobleme von den hauseigenen Technikern gelöst und die derart beglückten gebeten, ihre Rechnung zwecks Erweiterung des Programmes um eine lokale Komponente direkt live vor Ort zu bezahlen. Frau Maria Paudler heißt es zum Beispiel sang vor dem Mikro für die Reparatur ihres Rundfunkgeräts. Kein Wunder, dass Hasso Grabner rückblickend voller Stolz bemerkt, ich machte den billigsten Rundfunk der Welt mit einem Magnetophonband. Wenn es zu Ende war, mußten wir quasseln. Und quasseln tut Hasso Grabner, allerdings nicht lange. Weil er nicht jeden Programmpunkt vorab mit der Zensurbehörde bespricht und deren Bestimmungen gelegentlich etwas frei interpretiert, gerät er schon bald ins Visier der Sowjets. Als er kurz darauf eine ihm angebotene Funktionärswohnung in einem von Soldaten bewachten Gebiet mit der Begründung ablehnt, er sei lange genug eingesperrt gewesen, macht das die Lage auch nicht gerade besser. Hasso Grabner jedenfalls wird den Russen immer suspekter. Und sein Freiheitsdrang bald zum Problem. Im April 1946 schließlich hat die sowjetische Militäradministration von den eigensinnigen Ideen ihres Intendanten genug, fordert seine Absetzung und erklärt, mit der Fassungslosigkeit einer auf Unterordnung und Obergehorsam getrimmten Behörde immer wieder schaltet sich Hasso Grabner in Rundfunkübertragungen ein, als Reporter. Hasso Grabners Karriere beim Mitteldeutschen Rundfunk ist nach genau 49 Tagen vorbei. Da steht er also in Dresden, in den Resten der Riesenruine und ist, wenn schon nicht ahnungs, so doch arbeitslos. Derweil einer seiner alten Kumpels in Leipzig steht und vor lauter Arbeit nicht weiß, wo er anfangen soll. Sein Name ist Fritz Selbmann und genau wie Hasso Grabner hat er die Jahre zwischen 1935 und 1938 in Waldheim im Zuchthaus verbracht. Vielleicht ist es dieser Moment, in dem sich Selbmann an seinen alten Freund Hasso Grabner erinnert. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine der üblichen Wolken der Historie, ein kleines Zauberkunststück in der Raumzeit namens Geschichte, in deren Verlauf Fritz Selbmann in grauem Lodenanzug mit Ringkragen und Stiefel mit turmhohem Schaft kurzerhand zurück nach Waldheim teleportiert wird. Hierher erklärt ihm die Geschichte, als wüßte es der Minister nicht selbst, kamen Mitte der 30er Jahre zahlreiche Kommunisten und und dann in jenem orakelhaftem Ton, den die Wahrsager so lieben, sie kamen hierher, auch wenn sie gar nicht hierher kommen wollten, derweil sie jetzt, zehn Jahre später, nicht von hier weg kommen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind. Was soll das heißen, könnte Fritz Selbmann jetzt fragen, doch tut er es nicht. Stattdessen steht er in Waldheim vom Zuchthaus im grauen Lodenanzug mit turmhohen Stiefeln. Er sieht aus wie eine Figur aus einem Roman von Karl May, irgendwie deplatziert und seltsam bekleidet. Aber das juckt Fritz Selbmann den alten Schlagdreien der KPD nicht im geringsten. Er schaut lieber nach Osten. Ins wilde Dresden, wo der rasende Reporter Hassel Grabner ziellos und mit hängendem Kopf am Straßenrand steht. Du mußt nur zugreifen, sagt die Geschichte. Und Fritz Selbmann, der gelernte Bergmann, greift zu. Er hebt den gewaltigen linken Arm mit der riesigen Pranke vorn dran, langt, es ist ihm ein leichtes, von Waldheim direkt bis nach Dresden und holt Hasso Grabner daraus. Dann zieht er ihn zu sich, wechselt irgendwo im Tal über Waldheim die Hand, klappt seinen rechten Arm in Richtung Westen nach Leipzig hinaus, stellt Hasso Grabner dort ab und schweigt. Du bist von jetzt an Fritzes rechte Hand, sagt die Geschichte, abgestellt für die Überwachung der Durchführung der SMAD Befehle 124 und 126. Die Konfiszierung der Nazivermögen, fragt Hasso Grabner, ob der plötzlichen Versetzung noch ein wenig verwirrt. Ganz recht, die Nazivermögen, sagt die Geschichte. Konfiszierung, Sequestrierung, Expropriierung. Expropriation, verbessert Hasso Grabner. Ich habe in Waldheim schließlich nicht umsonst Lateinisch gelernt. Die Geschichte schweigt. Hasso Grabner legt los. Fritz Selbmann freut sich. Ein Monat später ist alles schon wieder vorbei. Durch einen Volksentscheid wird in Sachsen am 30. Juni 1946 das Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes angenommen. Die Expropriation der Expropriateure hat damit offiziell begonnen. Und aus Moskau kommen Glückwünsche über gewohnte klandestine Kanäle. Was die sächsischen Kommunisten in kürzester Zeit geschafft haben, so heißt es, sei die Entfaltung eines großen Klassenkampfes in Sachsen und darüber hinaus die Entfaltung eines Klassenkampfes in der Sowjetzone und weiter in Deutschland. Ja, die Entfaltung eines Klassenkampfes im Weltmaß starb. Und Hasso Grabner, der führt den weltweiten Klassenkampf künftig in der sächsischen Landesregierung Außenstelle Leipzig weiter, wo er hilft, alle dezidierte politischen Sonderfragen beim Aufbau einer volkseigenen Industrie zu klären. Was dazu führt, dass er erst Referent, dann Regierungsrat und schließlich Oberregierungsrat wird. Im Juni 1948 folgt schließlich die nächste Stufe der Revolution. In der sowjetischen Besatzungszone werden die volkseigenen Betriebe der einzelnen Wirtschaftszweige zu ökonomischen Einheiten zusammengeschlossen. Zehn solcher Vereinigungen volkseigener Betriebe soll es zukünftig geben. Und Hasso Grabner bekommt von der Partei den Auftrag, für jede von ihnen einen passenden Hauptdirektor zu finden. Neun findet er. Nur Nummer zehn lässt sich nicht blicken. Weil aber nichts sein kann, was nicht sein darf, macht die Partei aus dem Suchenden kurzerhand einen gefundenen. Und am 23. Juni 1948 wird Hasso Grabner der gelernte Buchhändler, der noch nie ein Stahlwerk von ihnen gesehen hat, zum Hauptdirektor der Vereinigung zur Produktion und Verarbeitung von Roheisen, Stahl- und Walzwerkerzeugnissen ernannt. Was bedeutet, dass er ab sofort für die gesamte ostdeutsche Eisenhüttenindustrie verantwortlich ist. Da sitzt er also in Leipzig und hat plötzlich zwei Dutzend Betriebe mit 38.000 Mitarbeitern unter sich, die zusammen Waren im Milliardenwert produzieren. Im Grunde ist es wie auf dem Rückzug aus Griechenland. Die Sache kann eigentlich nur schief gehen. Und wenn nicht, gibt's Auszeichnungen, Orden und Ehren. Am 16. November 1948 bekommt Hasso Grabner von der Deutschen Wirtschaftskommission als erster Mann außerhalb des Bergbaus den Titel Aktivist verliehen, wird anschließend verdienter Bürger der Stadt Leipzig und schließlich für den Nationalpreis der DDR vorgeschlagen. Da er als Hauptdirektor aber als Verwaltungsmensch gilt, werden statt ihm sieben seiner Mitarbeiter geehrt, was allerdings nicht weiter schlimm ist, denn 1951 wird Grabner erneut vorgeschlagen. Die Ehrung ist intern schon beschlossene Sache, als das Zentralkomitee der SED Grabner ebenso plötzlich wie überstürzt bittet, von seiner Nominierung zurückzutreten, weil ein Professor, der ein international hochbeachtetes Werk über altturkologische Sprachen verfasst hat, unbedingt einen Nationalpreis bekommen muss. Die Mitglieder des Zentralkomitees sind untröstlich und suchen für Hasso Grabner nach einem anderen Preis. Hasso Grabner selbst findet derweil ein Seil. Das Seil ist ein Drahtseil und hängt in seiner symbolischen Dimension vollkommen unerkannt an einem Kran, der als Reparationsleistung in die Sowjetunion geschickt werden soll. Jetzt aber, im Juni des Jahres 1951 steht der Kran nicht in Moskau, sondern in Magdeburg und wird sich, so viel ist sicher auch sobald nicht bewegen, denn es fehlen noch eine Reihe von Teilen, um ihn fertig zu bauen. 200 Kilometer südlich von Magdeburg in Zwickau steht unterdessen ein fertig gebauter Steinkohleschacht, doch ist eine der darin befindlichen Maschinen nicht einsatzbereit, da ihr, na klar, ein Drahtseil fehlt. Da die Kohlekumpel aus Zwickau aus irgendeinem unerfindlichen Grund von dem nutzlos in Magdeburg herumhängenden Seil wissen, fragen sie Zwecksmöglichkeit der Ausleihe, im Amt für Reparationen an, wo, wie könnte es auch anders sein, inzwischen Hasso Grabner sitzt, der nach der Auflösung seiner Roheisen-, Stahl- und Walzvereinigung dorthin gewechselt ist und sich nun als Hauptabteilungsleiter verdingt. Grabner, von der großen kommunistischen Kirche vereidigt, gleichsam aber vom Heiligen Geist pragmatischer Unkonventionalität beseelt, findet den Wunsch der Zwickauer Kumpel absolut legitim und sieht auch sonst kein Problem. Der Kran ist schließlich noch nicht fertig gebaut und außerdem, wer Reparationen leisten will, muss auch in der Lage sein, die dafür notwendigen Produkte zu fördern. Also liefert er das Seil und ist kurz darauf selbst geliefert. Hassel Grabner wird von der Partei der Schiebung verdächtigt. Es ist eine der üblichen Ironien in Grabners Geschichte. Er, der sich dem Amt für Reparationen mit den Worten anempfohlen hatte, seine berufliche Aufgabe habe in der Vergangenheit unter anderem darin bestanden, die Befehle der sowjetischen Militäradministration umzusetzen und die Schieber und Schwarzhändler zu greifen und zu bestrafen, die den Aufbau der volkseigenen Industrie störten, wird nun selbst der Schieberei bezichtigt, von der SED zum Störer des deutsch-sowjetischen Reparationsfriedens erklärt und entlassen. Das Seil ist dabei allerdings nur ein Vorwand, ist lediglich das, woran man Grabners Sturz festmachen kann. Schließlich war es, so die offizielle Verlautbarung, bereits vom deutschen Reparationskonto abgebucht und damit unwiderruflich den Sowjets vermacht. Und jeder weiß, Geschenkt ist geschenkt, Wiederholen ist gestohlen. Da hängt er also, Hasso Grabner, kopfüber an einem Seil. Er sieht aus wie eine menschliche Abrissbirne. Dabei ist er es, der abgerissen wird. Stück für Stück entkleidet ihn die Kaderabteilung der Partei seiner Geschichte und der Ort, an dem sie beginnt, ist der Knochenbau der Theorie. Grabner, so heißt es in einer der zahllosen politischen Charakteristiken, die die Partei prophylaktisch, das heißt für ein mögliches Nachbeugen oder, es sind schließlich Knochen, zum Brechen von Mitgliednummer 1853 28 seit Jahren produzieren lässt und die jetzt aus den Tiefen seiner Kaderakte geholt werden, steht schon längst nicht mehr auf dem Boden des Marxismus Leninismus. Stattdessen regiert bei ihm eine rein pragmatische Vernunft, die einzig und allein am Praktischen orientiert ist und, wenn überhaupt, zur theoretischen Untermauerung lediglich trotzkistisches Tam-Tam und bucharinistisches Bohei kennt, weshalb es nicht Wunder nimmt, das Grabner, die durch nichts und niemanden zu widerlegende Theorie von der Verelendung der Arbeiterklasse im Kapitalismus mit den Worten bestreitet, die Arbeiter in der BRD hätten einen hohen Lebensstandard, aber damit noch nicht genug. Aus der führenden Rolle der Arbeiterklasse hat er in einem Vortrag einen Witz gemacht. Der Arbeiter ist gegen die Stoppuhr, nicht gegen die Uhr, wie will er sonst wissen, wann Feierabend ist? Zudem die Schriften von Marx und Engels nach eigenen Angaben lediglich im Urlaub und auch da nicht ganz reibungslos gelesen und zu guter Letzt auch noch den wissenschaftlichen Sozialismus und die volkswirtschaftlichen Pläne der DDR verspottet und rückblickend auf den Halbjahresplan des Jahres 48 erklärt. Wir hatten keinerlei Erfahrung, keine Unterlagen, man hatte einfach ein paar Zeilen auf ein Blatt Papier geworfen, das war der Halbjahresplan 1948. Das gibt Ärger. Auch wenn die Geschichte nun mal so läuft. Eine Abfolge von Banalitäten, die sich jedes Mal zu einem Drama auswächst. Churchill, der seine Vorstellungen von der künftigen Aufteilung des Balkans spontan auf einem halben Blatt Papier skizziert und von Stalin nicht minder spontan abhaken lässt. Die Wirtschaftsfunktionäre in der sowjetischen Besatzungszone, die sich selbst vollkommen planlos einen Wunschzettel schreiben und ihn vom Volk abarbeiten lassen, in der Hoffnung, der Wunsch möge wenigstens in seinen Augen das Aussehen eines Planes annehmen. Und in der Tat, das Volk erkennt in den kurzer Hand aufs Papier geworfenen Zahlen tatsächlich einen Plan. Und wenn einer kommt und ihm erklärt, das sei gar kein Plan, sondern ein pseudo-empirischer Zahlensalat mit einem Dressing aus Tinte, dann glaubt es ihn nicht, selbst wenn derjenige zugibt, den Salat eigenhändig angerichtet zu haben. Aber dabei bleibt es nicht. Schon gar nicht bei dem Teil des Volkes, der die Parteischule besucht. Und erst recht nicht, wenn der Lehrer Hasso Grabner heißt. Als der nämlich im November 1950 in der SED-eigenen Kaderschmiede über die Aufgaben der Partei bei der Erfüllung und Überbietung des Volkswirtschaftsplanes referiert und bei der Gelegenheit die abenteuerliche Entstehungsgeschichte des Halbjahresplanes von 1948 zum Besten gibt, erntet er zunächst ungläubige Blicke und bekommt dann zu spüren, was es heißt, die eigenen praktischen Erfahrungen den millionenfach gedruckten Wunschzetteln der SED-Oberen entgegenzustellen. Die in ihrem Glauben an den Plan und die Partei vermeintlich erschütterten, wollen von Grabners Version der Geschichte jedenfalls nichts wissen. Er spricht unseren Volkswirtschaftsplänern die reale Grundlage ab. Verweigern ihm die Gefolgschaft, Ein Teil der Schüler hat spontan nicht mehr mitgeschrieben und präsentieren ihm, nachdem sie den Abbruch seines Vortrages erzwungen haben, ihre eigene Version des Erstellens von Plänen. Walter Ulbricht, Artikel in der täglichen Rundschau, für uns bleibt das der Maßstab. Die Folge, die in ihrem Glauben so gar nicht Geschwächten erklären, ihr Glaube sei gar kein Glaube, sondern genau wie der Plan nichts als die Wahrheit, wissenschaftlich fundiert, von der Partei geprüft und von der Geschichte bestätigt und kommen auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass Hassel Grabner ein Verbreiter von Irrlehren ist, der bei der großen kommunistischen Kirche angezeigt werden muss. Damit das auch passiert, nehmen die Parteischüler die abgelegten Stifte wieder in die Hände, schreiben eine Anklageschrift, übertiteln sie mit Bericht, machen aus den Banalitäten der Planerstellung ein Drama und schicken es an die zentrale Parteikontrollkommission, die, das wissen die Schüler genau, alles sammelt und ordnet, planvoll, prophylaktisch, pausenlos. Kein Wunder, dass die Mitglieder des Gremiums aus dem Vollen schöpfen können, als sie sich 1951, im Jahr des Seils, immer tiefer in Hasso Grabners Akte reinwühlen. Und was sie finden, lässt ihn in ihren Augen nur noch tiefer sinken. Denn Grabner hat, wie sich zeigt, die kaderpolitischen Prinzipien der Personalpolitik in der Vergangenheit mehrfach verletzt und in den von ihm geleiteten Betrieben wiederholt menschlichen Bodensatz eingestellt. So hat Grabner, über seine Zeit in der faschistischen Wehrmacht sind wir informiert, nicht nur CDU-Mitglieder, Butterdiebe und ähnlich zweifelhafte Subjekte beschäftigt, sondern auch ehemaligen NSDAP-Männern und früheren Wehrmacht-Soldaten Arbeit verschafft und darüber hinaus die nur schwer zu bekommenden Genehmigungen für Dienstreisen in die BRD wie Brotmarken verschenkt. Was dazu führte, dass ein Teil seiner Leute nur den Hinweg antrat. Mit anderen Worten, in der Auswahl seiner Mitarbeiter lässt sich Genosse Grabner nicht von den Grundsätzen des Leninismus Marxismus leiten, sondern wählt seine eigenen Mitarbeiter nach persönlichen Grundsätzen aus. Überdies unterhält er Verbindungen zu einer Reihe politisch sehr zwielichtiger Personen. Und damit niemand glaubt, Grabners Verfehlungen seien rein personalpolitische Natur, Wir halten diese falschen Einstellungen in Zusammenhang mit seinem bisherigen Verhalten nicht nur für eine ideologische Unklarheit, sondern für eine ausgesprochene Tendenz zur Oppositionspolitik. Wobei im Falle von Hasso Grabner noch moralische Defizite hinzukommen. Wir können uns einige Dreckperlen herausgreifen. Von kommunistischer Enthaltsamkeit bei Grabner jedenfalls keine Spur. Aber er hockt auch nicht in irgendeiner zusammengeschusterten Bude in den griechischen Bergen, sondern hat ein Büro in Berlin, fährt von einem Betrieb in den nächsten und übernachtet in diversen Hotels. Gleich ob er in Leipzig eine Wohnung, eine Frau und mittlerweile zwei Kinder hat. Von seiner Stadtbezirksgruppe liegt eine Charakteristik vor, die besagt, dass er sich um seine Wohnbezirksgruppe niemals bekümmert hat. Dafür laufend Weibergeschichten und Frauen, die mit Schleifen im Haar auf Arbeit erscheinen und Männer, die es ihnen gleich tun und das alles nur, weil Fasching ist und der Genosse Grabner jeden Spaß mitmacht. Dabei ist er zu seinen Leuten ansonsten recht streng und zu sich selbst noch viel mehr, arbeitet oft 18 Stunden am Tag, macht seinen Dienstwagen zum Bett und seine Brotbüchse zur Küche, baut zwei Dutzend Betriebe gleichzeitig auf und sorgt obendrein noch dafür, dass das für die Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone extrem wichtige Stahlwerk Maxhütte eine Wasserleitung bekommt, und zwar bergan, über sechs Kilometer und in einem Drittel der Zeit, die dafür projektiert worden ist. Aber dann und wann überkommt es ihn? Dann dürfen die Damen während der Arbeit zum Friseur, die Männer in den Westen und der geordnete Lauf der Dinge seinen eigenen Weg gehen, wobei es generell den Eindruck hat, als halte der Genosse Grabner Dienstwege für nichts anderes als Reisebeschreibungen von Sesselfurzern. In der Kaderabteilung der Partei sind sie jedenfalls von einem derart unartigen Verhalten alles andere als begeistert und kommen zu dem Schluss. Es wäre ratsam festzustellen, ob Genosse G. bereits überprüft worden ist und wie der Beschluss der Überprüfungskommission lautet. Es ist das Jahr 1951 und die Überprüfung läuft. Hasso Grabner ist jetzt 40 Jahre alt. Er sollte eigentlich auf dem Höhepunkt seines Schaffens sein. Akme nennen das die griechischen Historiografen, derweil die römischen Floret sagen. Er blüht. Aber die, die in der Gegenwart des Jahres 1951 an Hasso Grabners Geschichte schreiben, sind weder Griechen Römer, sondern Mitglieder der zentralen Parteikontrollkommission der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und das Einzige, was Hasso Grabner jetzt blüht, ist eine Parteistrafe. Bevor das Urteil fällt, darf Hasso Grabner noch einen letzten Wunsch äußern. Was er, bescheiden wie immer, dann auch gleich tut. Ich möchte euch bitten, den Entschluss schnell zu fassen. Was ich arbeite, ist mir Ich möchte nicht, dass ich einen Betrieb von 50 bis 60 Mann leite, nur damit meine Existenz gesichert ist. Dann will ich lieber als Hilfsarbeiter gehen. Es kommt mir nicht auf irgendwelche Vorteile an, sondern es kommt darauf an, dass ich wirken und arbeiten und meine Kräfte entfalten kann. Dann bin ich ein besserer oder auch glücklicherer Mensch. Ich werde wahrscheinlich noch Filmanuskripte oder auch einen Roman schreiben. Antwort der Parteikontrollkommission Das zeigt, dass diese Aussprache spurlos an dir vorbeigegangen ist. So denn, die Würfel sind gefallen. Jetzt wird zusammengerechnet. Die Punkte aus der Vergangenheit werden dazu addiert und bilden eine Linie, die eindeutig vom rechten Weg wegweist. Das Urteil Genosse Grabner erhält eine strenge Rüge mit Funktionsentzug und geht für zwei Jahre in den Produktionsprozess. Zentrale Parteikontrollkommission gezeichnet matern. Der Abstieg des Hasso Grabner, so möchte man meinen, ist damit besiegelt. Er wird in einen Gießereibetrieb in die Provinz gesteckt und soll dort als einfacher Arbeiter weitermachen. Allein die Leute in dem kleinen Betrieb merken sofort, dass der gelernte Buchhändler Grabner kein guter Eisengießer, dafür aber ein umso besserer Organisator ist. Also wird er zum Werkleiter gemacht und bringt den Betrieb binnen zehn Monaten auf 246 Prozent seiner bisherigen Leistung. Die örtlichen Parteifunktionäre sind ob der zweieinhalbfachen Planerfüllung freudig erregt und melden die Höchstleistung direkt nach Berlin, wo man zunächst an ein Wunder, dann an eine Entdeckung und schließlich an gar nichts mehr glaubt. Als die SED-Oberen jedenfalls erfahren, wer für die Leistungssteigerung verantwortlich ist, schlägt die Freude schnell um. Und Hasso Grabner bekommt die nächste Parteistrafe aufgebrummt. Weil er nicht, wie vorgesehen, in die Produktion gegangen ist, wird er zum Gießerei-Hilfsarbeiter und, weil's immer noch ein Stück tiefer geht, kurz darauf zum Hilfsschlosser degradiert und in ein Leichtmetallwerk gesteckt, dessen Werkleiter sich seinen Job garantiert nicht wegnehmen lässt. Tut er auch nicht. Aber es gibt noch andere, die sich auch nichts wegnehmen lassen. Stahlbarone zum Beispiel. Anno 1953 ist jedenfalls eine Reihe von Stahlbaubetrieben in der DDR noch immer nicht verstaatlicht. Um das zu ändern, d.h. aus den Betrieben Volkseigentum zu machen, braucht die SED allerdings jemanden, der sich mit Expropriationen auskennt. Nur wen? Die Parteileitung in Berlin überlegt und sucht in der ganzen Republik nach einem passenden Mann und findet keinen und ist irgendwann mit ihrem Latein am Ende. Und das ist der Moment, in dem sie Hasso Grabner fragt, ob der nicht er will und bekommt als frisch entlassener Hilfsschlosser im April 1953 von der Partei den Auftrag, ein halbes Dutzend Stahlbaubetriebe zu kaufen oder sonst wie in unsere Hände zu bringen. Hasso Grabner legt sofort los. Die Partei legt sämtliche Strafen auf Eis. Die Sowjetmacht legt Einspruch ein. Nicht gegen Hasso Grabner, seine Strafe oder deren Erlass, sondern gegen die Partei. Erlass. Die verschläge. Die rutsch. Untertitelung des ZDF, 2020